Ich will nicht mehr rausschmeißen. Ja, Chris, schmeiß mal rauf. Haha! Chris, schmeiß mal rauf! Ja, ich muss filmen. Den Becher oder so? Ja, das war ein Becher. Ganz alles rausschmeißen. Oh! Naja. Ich glaub, ich hab das gar nicht... Scheiß diese, ey! Was hast du? Das hab ich glaube, ins Kastischild. Rrrrrr! Ja, das kriegen wohl nicht viel. Ja, jetzt können wir Holz drauf machen. Also, da willst du kein Holz drauf machen. Ey, Chris, was sagst du? Benzin. Super? Super, ja, mei. Okay, lass mal rüber.